Hey und willkommen auf meinem Kanal, Max er darf es erst mal. Heute will ich unsere Mario Party mit der lieben Flami. Hallo. Hallo. Wir sehen uns gleich wieder. Haha. Freier Fall! Let's go. So, jetzt gehen wir weiter. Ich liebe Freier Fall. Aua! Aua! Wo musst du rein spielen? Ins Wasser! Wo ist der Wasser? Ich habe schon in zehn Jahren Folgen von YouTubern gesehen. Was selber ist machen ist auch immer so eine Sache. Ah! Wo das Wasser ist. Das Wasser ist ganz unten. Ist das auf dem Blutschnee oder? Ich hab's! Ich hasse wie ich den Spielmarsitz und sowas auch. Der Spielmodus ist nicht schlecht. Ah. Hab's. Jetzt bin ich bei Sheen. Ah. Schienen, juhu. Ende? Jetzt schon? Ich hab mir auch gedacht. Platz fünf. Ich hab eine vier. Ich hab eine fünf. Ich hab eine fünf. Ich hab eine fünf. Marcel, hallo! Marcel, hallo! Marcel, hallo! Marcel, hallo! Doch so nah und doch so fern. Eliterin, das ist in Ordnung. Und nicht. Ah, okay. Noch immer. Los Marcel, ein bisschen Begeisterung! Ja, Begeisterung! Ja! Begeisterung! Ich hab wieder Luft! Gut so. Was? Warnt das? Tot? Alles draußen. Wie konnten sich die eine denn zu drehen? Ah! Jetzt! Alter! Wie soll man das schaffen? Wo bist du gerade? Ich bin Platz 865. Ähm. Ich bin 195 gewesen. Du bist besser. Ich war auf Platz 15. Ich hab eins! Ich hab einfach nur ne eine. Ich hab ne eeeeeein. Ich bin vor Flami. Ja, auf Platz. Was? Du? 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 Ich bin doch. Es. Weiß ich bin, du? Nein, nein. Ich bin jetzt wieder. marcel das war's locker du man kriegt es ja meistens gar nicht nicht wenn ich jemand geht scheiße ich habe ja gar keinen punkt du wurdest vor meinen augen umgebracht ich habe nur fünf jetzt für die platzierung 3 todeswürfel oh ja diesmal weiß ich will das spiel geht warum nach oben oder was ja nach oben ich bin immer da durchgegangen lieber dass ich weiß wie das geht ich dachte immer man muss runter ich bin auch zu weit unten nicht würde mich jetzt auch die meistern ist voll gemüllt mit so ziel blöcken dass man da gar nicht mehr hoch kommt auch nie mache ich bin runtergefallen ich bin schon wieder runtergefallen schön für dich ja ich bin schon wieder runtergefallen hast du das gerade gesehen ich habe nur neun ich habe nur neun ich habe nur neun ich habe nur neun ich bin vierter ein kontrollpunkt habe keine ahnung wie es man darf nicht ins wasser fallen kann das sein ja ich habe nur neun ich bin jetzt ins wasser gefallen du ha ha ich habe es eingesammelt ich lasse mich im weg box mach selbst ich habe es eingeschränkt ach komm gehen das gewinnen ich weiß nicht alle was der wind du willst gewinnen ich so die sagen aber ich habe die chance mit den scheißbogen ich habe schon verloren Ich hab mich noch weggehauen, jawoll. Du? Ich hab mich noch weggehauen. Hallo? Marcel? Hallo? Bring mich um. Hallo? Tschüss. Du hast mich weggehauen? Ja. Fuck mich nicht so entschuldig an mit deinen Augen. Nein, das sind wir gefreut. Nee, nicht Skywalk. Jawoll. Halt auf. Nein, du kommst auch direkt zu mir. Die Skywalk was folgt, die nie on kommt, war mir schon ein Buch. So. Das war so klar. Ich hab keine Blöcke. Ah, doch hab ich. Nein, er hat's überlebt. Nein. Marcel, du hast es wirklich überlebt. Ja. Wegen des Spinnennetz. Ich hatte ein Pro-Gamer, weißt du. Ich hatte die Kiste im Wasser gar nicht eingesammelt. Schön, dass ich das auch noch sage. Warte, war nicht der Wassertür, du? Die Bohr, der Marcel. Ja, vergiss nicht. Ich pege der Porte. Das war's. Ob diese Folge unterkommt, ist fragwürdig. Aber ja. Marcel, wenn du das jetzt auch noch mal wegschmeißt, ich warne dich. Das ist eine Frage. Marcel, auf. Auf. Ja. Ja, dich töten, bitte. Ich töte dich bald, wenn du mich aufhörst, die ganze Zeit hier aufnahe zu lassen. Hilfe, blablabla. Nee, ich meine, es ist ernst. ich bin froh ich bin vor dir ja ich bin froh dir super ja es ist mir mario ja dann war das eigentlich schon mit der folge und sagen wir sehen uns leute ja das mitmach ihr schon verlinkt ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ciao Leute bis zum nächsten Mal